Da habe ich ehrlich gesagt null Motivation zu. Also quasi so gar nicht. Überhaupt nicht. Nein, nein. Habe ich nicht. Hm. Nee, dann machen wir die Seite zu. So, machen wir hier mal ordentlich zu. Und dann machen wir hier mal ordentlich zu. Und dann... Ich bin fast echt gewillt, ein bisschen... Doch ein bisschen Cobblestone ranzuholen. Aber so wie ich das von mir wieder kenne, dann artet das nur wieder aus in irgendwas. Weil uns geht hier echt der Stone und der Cobblestone aus. Ich weiß, es ist noch jede Menge im Dorf. Aber denkt mal dran, liebe Leute. Da kommen auch noch mal ab und zu irgendwann ein paar Gäste. Und hier wird auch noch jede Menge Stein gebraucht. Und wenn wir hier echt nicht farmen gehen, weil der Trivolo einfach zu faul ist. Oder euch das nicht antun möchte. Oder, 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 oder. Ja, dann, äh, irgendwann ist hier mal, äh, so, dann kommt der und sagt, nö. Dann ist hier irgendwann mal Schicht im Schacht mit der Kohle. Äh, nee. Kohle nicht. Mit dem alten Bruchstein natürlich. Ich müsste vielleicht auch mal wieder an der Textausgabe ein bisschen arbeiten. Weil Bruchstein gefällt mir nicht. Und mir gefallen da auch ein paar andere deutsche Betitelungen nicht. Und ja, ich hab da halt mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ob ich da nicht mal vielleicht wieder ein bisschen dran rum, Doktor, rumfummel, rumschraube. Wie auch immer. Wie auch immer man dazu sagen möchte. Ja, Mensch. Äh. Dann denke ich mal. Oh, mit der sieht auch gut aus. Dann denke ich mal, machen wir die alte Spitzhacke mal breit, äh, platt. Whatever. Also unten sehe ich das jetzt nicht ein, hier den noch auszutauschen. Oben möchte ich den, falls ich mal irgendwie, ne, also, eigentlich völliger Schwachsinn. Naja, egal. Es sieht halt an einigen Stellen vielleicht ganz gut aus. Und wer weiß, wo uns hier die Reise, die Minecraft-Reise, die illustre Minecraft-Reise noch hinführt. Guck mal, Leute. Ich bin jetzt bei irgendwas Folge 800. Blah. Ne, und wenn es so weitergeht, äh, dann bin ich echt irgendwie ziemlich zügig bei Folge 1000. Und, ja, da möchte ich mal meine Community nachfragen. Also, liebe Leute, ihr kennt euch ja auch aus. Vielleicht kennt der eine oder andere sich sogar noch besser aus, weil der eine oder andere Let's Player schaut, die ich vielleicht nicht so unbedingt gucke. Tja, genau, 1,64er haben wir hier noch. Also, ich mach das jetzt hier richtig leer. Also, das, was ich hier noch habe an Ressourcen, das verknall ich denn hier jetzt noch auf die Schnelle. Was macht er das denn da hin? Was soll das denn? Naja. Ähm. Ähm, 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 genau. So. Meine Frage wäre jetzt an die Community. An euch alle. Also, wir kennen ja alle den Gronkh. Ja? Der hat ja nur, äh, da damals irgendwie seine 1000 Folgen oder ich weiß nicht, wo der Mann aufgehört hat. Jetzt ist meine Frage. Gibt es einen Let's Player, der am Stück in einer Welt mehr als Gronkh geschafft hat, weltweit? Also, ich hab keinen gesehen. Und dabei meine ich wirklich am Stück in dem Sinne, ähm, ein und dieselbe Welt ohne Staffel-Reset. Beziehungsweise bei Gronkh, dieses mit Staffel 1 und Staffel 2, das nehme ich nicht als Staffel-Reset. Denn es, äh, ist ja doch immer noch am Ende alles eine Welt. Deswegen, da ist meine Frage einfach mal noch an euch. Gibt es irgendeinen, wisst ihr irgendeinen, der mehr hat als er oder vielleicht die gleiche Summe? Also, ich mein, ich näher mich wirklich da der Tausender-Marke und bin so echt innerlich teilweise am überlegen so, Alter, wer hat das denn schon gemacht? Wirklich ein und die gleiche Welt. So ein Umzug mit der Welt in eine andere Map 1, 4 zählt auch nicht, weil das Grundgebäude ist ja da. Und ich mein mal ganz ehrlich, ähm, gut, okay. Ich bin jetzt bei Folge 800. Es ist, würde jetzt, wenn ich bei diesem Format eine 10-Minuten-Folge am Tag, wenn ich dabei bleibe, was ich bestimmt nicht machen werde, denn ich hab auch nochmal irgendwann zwischendurch Urlaub und so eine Witze. Und wenn ich Urlaub habe, dann kann ich euch auch mit mehr Folgen versorgen. Also, ich mach das jetzt davon abhängig. Ich bleibe jetzt bei dem 10-Minuten-Format, ähm, und werde euch dann halt immer mal wieder mit zwei Folgen, ähm, versorgen, wenn ich der Meinung bin, dass ich gerade Zeit hab, weil ich Urlaub hab oder, weiß der Fuchs, bin krank oder so. Bin krank und kann trotzdem aufnehmen, also sprich jetzt nicht irgendwie eine Erkältung, sondern, ja, keine Ahnung, irgendwie hier so Fuß verknackst oder Rücken oder was weiß ich. Na, ich bin ja in einem Alter, wo man das ja schon mal mit dem Rücken öfter mal hat. Na, ich war ja auch schon mal damit dran. Ah, schönen Hexenschuss gehabt, das hat aber weh getan, du. Hohoho. Boah, naja, back to basic, ähm, mich würde halt wirklich interessieren, gibt's da irgendjemanden? Weil viele Let's Player, die ich mir anschaue, also wo es denn wirklich irgendwie so um tausender Folgen geht, ähm, die fühlen sich irgendwie ganz toll oder die finden das irgendwie ganz toll, genau sowas, ja, zu faken, anzufaken, weiß ich nicht. Na, also die schreiben denn, dass sie Folge 1000 haben, aber das stimmt gar nicht. So, bei Tagoon zum Beispiel, ähm, ist, puh, zu welcher Version, weiß ich nicht, aber da kam auch mal irgendwann ein Total Reset. Und dieser Total Reset, der ist halt das Interessante, und ich glaube, das erzähle ich euch jetzt schon zum, ich weiß nicht, wie viele Male, jeweils ein Let's Player ohne Total Reset. Bob, gibt's den. Außer eben der andere, der, dessen Namen wir nicht nennen. Na, und da guck ich auch so insbesondere in Richtung Frost, Frost, ja, Ostfraktion, denn die kennen sich da ja auch eigentlich ganz gut aus mit den Let's Playern und so, die gucken ja nicht nur mich, weiß ich ja, die gucken ja auch andere. Andere Leute aus der Ostfraktion, die malen sich mit Lippenstift an, fand ich super schwul, aber okay, äh, billige Nutte und hier, teurer Lippenstift. War ja ne Bierlaune, ne, war ja nur Lippenstift. Sah auf jeden Fall schwul aus. Egal. Egal, man muss auch mal Spaß haben im Leben. Und den hatten wir den Abend. Oh ja. Ja, Leute, jetzt sieht das ziemlich mau aus hier mit den alten Cobblestone-Gedöns und Stone-Gedöns und hier Steinziegel. Müssen wir uns auch mal irgendwie einen neuen Namen für einfallen lassen. Steinziegel heißen, denn künftig Baum. Alter. Ey, ich hab mal, glaub ich, irgendwann... Moment. Ich hab mal, glaub ich, irgendwann erzählt, so kaum, dass ich ein Let's Play aufnehme, geht bei anderen Leuten irgendwie ein Schalter um. Ja, also bei irgendwelchen Freunden und Bekannten. Da geht ein Schalter um. Er nimmt jetzt auf. Ich muss ihm erst mal schreiben. Hier wollte ich... Gar nicht hin. Aber, 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 aber. Das können wir doch mal reinpacken. Äh, äh, ja, Glas. Äh, Glas müssen wir da hinten einen Meter dann ja auch setzen. Aber, da wollte ich Spezialglas setzen. Also, da wollte ich denn tatsächlich mal Glasscheiben einfärben. Ich warte einen kleinen Moment, dass sich das ein bisschen aufbaut. Ja, äh, wie gesagt, also, ich hab immer so das Empfinden, dass bei einigen Leuten dann echt ein Schalter umgeht. Er nimmt gerade auf. Ich muss ihm genau jetzt, muss ich ihm eine Frage stellen. Genau jetzt muss ich ihn anschreiben. Genau jetzt muss ich ihm voll auf den Nerven gehen. Weil es ist ja nicht so. Es wird eine Frage gestellt per SMS, Rima, whatever. Und dann wird gewartet, bis ich antworte. Nein, nein, wenn ich nach 15 Sekunden nicht geantwortet habe, kommt schon mal, ey. Nach weiteren 15 Sekunden kommt dann, bist du nicht da? Und dann, nach weiteren 15 Sekunden kommt, ja, dann bist du wohl gerade, äh, ja, was weiß ich, was ich denn. Dann bist du wohl gerade beschäftigt. Da hab ich nicht antworte. Also, ich seh das nur in diesem kleinen Pop-up, ne, was beim iPhone da ja kommt. Nachricht kommt ja an und dann kannst du ja einen Teil davon lesen, kann man sich ja einstellen. Ähm, also wirklich, unglaublich, unmöglich. Also, das erste, was wir gleich brauchen, ist erstmal Mülleimer. Ein Mülleimer! Nimm wir zwei oder nimm wir gleich drei? Äh, woher kommen, nimm wir gleich drei. Drei Stück. Drei Stück davon. Und dann geht es ab nach Uni. Dann können wir hier nämlich mal wieder ein bisschen was aus der Wand kloppen. Und nein, ich gehe jetzt nicht in die Mine, oder doch? Oder nee, oder doch, oder... Äh, äh, ich weiß nicht. Nein, ich gehe da jetzt nicht rein. Oder doch? Was ist vom Spinn so? Äh, so, einmal hinstellen und dann Neterstein. Tschüss, Neterstein, Neterstein, Neterstein. Und noch mehr davon. Weg. Alles weg. Alles muss raus. Alles muss weg. Hier, jetzt in ihrem Kino. So, alles, was aus dem Neter kommt. Hier, schwer, da kommen wir auch. Und, äh, nein, natürlich nicht, Alter. Geht ja mal gar nicht. Und, äh, nein, natürlich nicht, Alter. 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 Vielen Dank.